Das sah auf jeden Fall interessant aus, was du da veranstaltest. Das auch? Boxershorts. Hä? Was? Wie? Oh! Oh! Ja! Oh Mann! Okay, Aris, du bist heute echt voll dabei. Wow! Nein! Genau! Hallo und herzlich willkommen, ehrlich gesagt, jetzt wieder zu einer weiteren saftigen Episode Let's Play GTA 5 Online, zusammen mit der Sarah stellen wir uns eine 60-Minuten-Challenge vom lieben Niddelsoft. Let's go! Hallo! Oh, ja, 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 ja. Es wird doch nix. Das ist der. Nö, nö, nö. Nö, ich hab die Map übrigens nicht rausgelegt. Bedankt euch bei der Frau. Also, let's go! Wow! Da bin ich aber jetzt spannend, ey. Da stand bei 60 Minuten, wenn du die Map nicht kennst und 20, wenn du die kennst. Juhu! Juhu! Das war, äh, knapp. Das sah auf jeden Fall interessant aus, was du davon kleidest. Das auch? Hm. Boxershorts. Das ist ne Boxer, ey. Schon geht's wieder los. Ah! Hä, warum? Ja, wie, ja, warum? Da war kein eindeutiger Weg, wo ich langen soll. Ja, ja, ganz sicher sogar. Nee. Der hat da ja extra Hindernis-Ding gebaut. Echt? Ja. Hab ich gar nicht mitbekommen. Ja, hat er zugebaut. Oh, leul. Oh, ne, ey. Achso, da musste ich runter. Oh, leul. Ich bin so blöd. Ja, ey. Ja, und, ja. Komm, Kara, zieh. Komm, Kara, zieh. Alter. Ja, nee, ist klar. Okay, wie viel Offer soll es sein? Nede so? Jo. Oh, okay, let's go. Oh. Liegt irgendwie da jetzt mit Schleinchen in den Weg. Äh, äh, äh. Alter. Hä? Achso, du musstest... Ich spawnen oder was? Hm, was ist denn? Nee, bei mir warst du grad... unsichtbar. Wir waren beide gerade unsichtbar. Hm. Ja, wohin? Nein. Nein, verkackt. Oh, Mann. Boah, ich bin noch nicht ganz wach, Leute. Ey, ich hab den Punkt. Huuu. Wow, ich hab den Punkt verkackt, wirklich jetzt. Ja. Oh, Mann. Der hätte jetzt nach oben fahren müssen. Das hab ich dann auch gesehen, als ich verkackt hab. Ich hab den Punkt... Wauu. 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 Ja, was denn? Wie am Mucken? Hä? Ui. Uiuiuiuiui. Okay. Boah. Alter, okay. Bei der einen Stelle musst du ein bisschen weiter hoch abspringen, weil da noch ein Hindernis ist, wo du drüber fliegen musst. Das Brille für dich auch fahrt, ey. Uiuiui. Es scheint aber eine ältere Map von Mitten in der Lütze zu sein. Ja, ich glaube auch. Weil wir hier nicht Doppel gebaut, da braucht es uns immer alles möglich gedockt, oder? Denkfehler, Aris. Ey. Auf das... Nein. Ey, diese Rutscherei. Genau deswegen. Ich bin gar nicht mehr gewohnt hier. Direkt überdreht. Haha. Hä? Hä? Wie? Oh. 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 Äh. 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 Mann. Okay, Aris. Du bist heute echt voll dabei. Uh. Warst du verkackt? Ja. Du bist aber nicht bei dem Sprung, oder? Doch. Ich hab dir extra gesagt, dass du höher abspringen musst. Richtig. Und das hab ich auch gemacht. Na, warst du zu hoch, oder was? Ja. Hä? Okay. Dann tut's mir leid. Dann war ich dran schuld. Ey. Dann geht's wieder. Ey. Wo bist du? Hast du einen Punkt jetzt, oder was? Nene. Nö. Achso. Ich fahr hier, aber ich verkack immer bei dem einen... Ja, Sommerkind sozusagen. Weiß was ich bestimmt meine. Hey. Okay. Ja, Aris. Ja, Karin, dann trete ich halt nicht, ne? Ist super. Ich war doch schon so weit. Naja, so weit jetzt auch nicht, aber... Und das war... Ja, war ja sonst wie ein Lass. Es war schon so weit, oder? Das war... Ich... Ich war zu langsam für diese... Belastend? Ich war genau hinter dir. Okay, ist in Ordnung, ey. Na, was denn? Ne, ist schon okay. Ich freue mich über Features in der Map. Sagen wir es mal so. Oh, Mann! Okay. Wie sieht es bei dir aus? Ich bin jetzt gerade bei der weißen Spirale in dieser orangenen Tube wieder. Okay. Ich habe gleich einen Punkt, also hoffentlich. Ja. Oh, jetzt wieder Offroad-Dinger. Mhm. Mhm. Wow. Wow. Okay. Ich verstehe. Was denn? Nix, nix. Hast du den Speed gefunden? Ne. Ne, habe ich nicht. Das war sehr glaubwürdig, Frau. Fetchy hat mir den Speed gefunden. Ey, warum braucht man denn so ne Scheiße? Boah. Bist gleich bei mir. Nix. Okay. Ja, ich bin jetzt gerade bei diesem Shiro auszutierer. Sorry. Bist gleich bei mir. Oh, ne. Darf ich cheaten? Nein. Also muss ich da durch, ja? Natürlich. Hat er ja zugebaut. Oh Gott. Boah. Finally, Alter. Das ist hier der definitiv falsche Weg. Also das mit dem Scheiß da. Das war unnütlich mit dem Stand. Oioioi. Okay. Egal. Weiter im Text. Wir haben es ja. Verwandler. Verwandler. Let's go. Oh. 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 Wow. Brudi. Hab genau am Punkt verkackt. Ah, super. till� lustig mit, wow. Mit Zwischenpunkten. Oh schön, jetzt wäre es doch weggebroчит. Wow. Herr Wohin? Hey, ich bin zu blöd zum Fahren. Meine Güte. Er würde doch nicht wollen, dass ich da so selbstständig drüberliete. Ne. Das hätte sich nicht so gedacht. Das hätte mich auch gewundert, weil das wäre ja doch sehr random. Und das ist doch nicht der Stil von unserem Milisoft, Alter. Ah, ah. Nein, ich muss durch die Tube fliegen. Ernsthaft? Ja. Oh, ich kann das doch nicht. Ich kann auch nicht fliegen. Ja, kann ich auch nicht. Uh. Nein. Wow. Nein. Stopp. Nicht so schnell. Mann. Ich kann doch nicht fliegen. Was ist das? Boot. Hä? Doch, Gas. Nein. 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 Rückwärtsgang. Dann geht's lerne. In der Map ist wirklich alles vertreten, ne? Also, an sich, ein richtig nices Verwandlungssimp. Hat da sich nicht lumpen. Ich bin kurz vor dem Punkt. Ich hoffe, dass ich jetzt in die Luft fliege, nur weil ich nie fliegen kann. Oh, Mann. Oh, wie nennst du's halt. Hä? Hi. Toll, man. Ja. Wo lerne ich das? Ich lerne gar nichts daraus. Vor allem nicht in der Tube. Mann. Nein! Ey, ganz ehrlich, ich hab jetzt schon keinen Bock mehr, ne? Ich hab irgendwie jetzt schon ne Idee, wie wir dich beschaffen in deinem Bestrafungszeuge. Nein. Oh, ja. Definitiv nicht. Ey. Also, Leute, ne? Wenn ihr ne Map habt, wo du geflogen werden musst, ne? Nee. Dann spiel ich nicht mit. Du spielst mit, das ist ja der Sinn einer Bestrafung. Da wird gar nicht gefasst. Bestrafung am Arsch. Von mir aus auch das. Aber erstmal wird aufgenommen. Ja. Nö. Hä, ist mein Internet weg? Weiß ich nicht, ob dein Internet weg ist. Nee, eigentlich nicht. Ich hör dich ja. Hä? Hä, was willst du denn? Du hast dich gemutet, du Otto. Ich hab mich gemutet. Ja, ich dachte, mein Internet ist weg. Weil du redest aber nicht. Weil du redest aber nicht. Ich hab's nicht mitgekriegt. Aber auf jeden Fall fliegst du diese Map. Das ist Sinn einer Bestrafung. Nein. Doch. Kannst du gleich knicken. Ja, genau. Weißt du, wenn du dir aussuchen dürftest, wie du bestrafen wirst, ne? Dann ist das ja keine Bestrafung. Das ist eine Belohnung. Hä? Nein. Ja, doch. Nö. Aber ganz sicher sogar. Alter. Kameraeinstellung. Alter, wie soll man diese Tube-Sprungs machen? Ah, Sprung machen. Tube-Sprungs? Ja. Tube-Sprungs. Tube-Sprungs. Oh. Easy. Macht man die. Komm schon. Boah, Alter, war das knapp. Oh, nee. Hä? Aber jetzt bin ich in der falschen. Nee. Jetzt bin ich falsch rum. Warum? Hä? Sag mal, bist du da einfach nur rausgeheatet oben, oder was? Ich weiß nicht, wie. Ja, ey, mach doch die Flüsen auf. Ach, da unten war noch eine Tür. Oh. Aha. Haha. Bin da rübergeheatet. Ja. Ey, da geheatet die einfach nur Boxer-Shorts, ne? Hä? Ja, ich hab's nicht gesehen. Ja, genau. Nee, wirklich nicht. Das Argument muss ich mal bei den Jungs in den Aufnahmen bringen. Wenn sie sagen, ey, das Boxer-Shorts, wieso? Ich hab's nicht gesehen. Nee, ich hab's halt wirklich nicht gesehen. Ah, das ist natürlich das Argument. Nee, deswegen hab ich mich ja auch gefragt, wie das gehen soll. Weißt du? Mhm. Hm. Hä? Okay, da muss man aber ganz schön hoch rauskommen. Nein! Doch! Was sind das eigentlich für verfickte Sichter-Hetnisse hier? Ja. Hab ich mich ja auch schon gefragt. Ich drück nur um 5, aber okay. wenn ich halt nicht noch hinten komme. Ah, was Nebel, alter. Was ne super? Oh nein. Ey, das ist gar nicht so einfach. Das geht nicht! Doch, das geht, aber... ey, jetzt dauert lang. Hä? Also, es tut mir wirklich leid, ne? Ich hab's halt wirklich nicht gesehen. Ne, ernsthaft. Was macht jetzt? So schön ist der Community sowieso schon 265 Millionen Boxer-Shorts, also von daher. Das stimmt nicht. Welcher Ficker. Ja. Lol, wie ich da rausgesprungen bin. Halleluja, ey. Dann hat doch eigentlich hier noch ne Rampe zusätzlich aufgebaut. So wieder auffahren, oder wie? Okay. Äh, ja, und so. Okay. Oh, ich bin jetzt ein Boot. Das ist immer so ne Kacke, Alter. Das so abzuschätzen. Bin mal gespannt auf deinen Punkt gleich. Bin ja gleich Spidey, oder? Bin ja gerade unter mir lang zu fahren, oder? Äh. Ist da lang. Hey, meine Fresse! Das ist so ne Scheiße, die nervt mich halt wirklich. So tausendmal anschätzen und probieren und blablub, Alter. Ohhhh. Okay. Hallo? Aha. Okay. Na ja, ja. Finally, Alter. Was eine Scheiße, wobei schwer alles ne? War, boah. War schon super schwer. Holy shit, ey. Ach, da ist ne Rampe. Ach, die hab ich einfach mal übersprungen, ne? Die übersprungen die ganze Zeit. Ach so. Äh, was? Ah, okay. Ich hab glaub kurz vor dem Punkt verkackt. Ja. Aber ich bitte dich, was ist denn das bitte für eine 60 Minuten Challenge für Leute, die die Map nicht kennen? Ja, siehste. Wenn ich mich ran halte, schaff ich die 20 Minuten Challenge. Ich muss mich aber sehr krass ran halten. Dahin, dahin, dahin. Oh, 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 oh. Das war close. Nein. Ach, ich muss in die andere Richtung. Da war ja was. Bist du eigentlich bei diesem einen, äh, unten drunter oder oben drüber gefahren? Hä, was? Bei dem einen, da ist ja so ein Block mäßig. Äh, bist du da unten drunter oder oben drüber? Ding ist einfach. Einfach einfach links oder rechts. Du hast da die Auswahl links oder rechts. Ja, oben oder unten. Ja, links oder rechts. Ja, links oder rechts. Ah, ich schaff es sehr gut. Ah. Ja. Ja. Ja, ich bin... Ich fliege wieder zu weit oben drüber. Ernsthaft? Oh, 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 oh. Warum? Bitte, 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 bitte. Ich muss schon wieder fliegen. Ja. Oh, nee. Jetzt heul mal leise hier. Nee. Nein. Okay, nee. 20 Minuten stelle ich auch nicht. Aber fast. Oh. 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 Ich hab den Punkt. Ah, ich hab den Punkt. Spirale. Ach, okay. Alles klar. Das ist ein Long Jump. Oh Gott, bin ich blöd. Das war ja sowas anders. Ich fand mir gerade so einen Scheiß zusammen. Ich finde die Map wirklich cool, weil die hat echt krass wie Abwechslung. Ein bisschen hier vor mir, ein bisschen da vor mir. Auch wenn die Map älter zu sein scheint, ich weiß nicht wie von wann die ist. Ich glaube da war ein Kommentar vor zwei Jahren. Weiß Bescheid. Weißte Bescheid, ne? Ich hab Puff gemacht. Oh nein. Okay, haben wir jetzt. Ja, hallo. Nur noch durch Ringe fliegen, ernsthaft? Das ist doch easy, alter. Nein, hör auf, das ist für mich nicht easy. Wie einfach. Ja, 60 Minuten. Ach, man muss dann den Wallride dran oder spielen. Check, alter. Nein. Ja, ich stehe vom Ziel her. Passe sie auf. Fahre sie Vollgas. Und haben sie keine Chance. Ja, genau. Ja, was? Ja, ist doch easy gewesen. Hä, ich krieg das nicht hin. Was ist das denn? Eine Spur nach oben. Eine Spur nach oben. Also hier reden wir eine Runde. So, da hast du die Ausfahrt gesehen. So, ein ganz normaler Flip. Lass dich aber nicht irritieren. Flip einfach. Bisschen nach unten. Nicht zu weit. Nach oben, nach oben. Ja, alles gut. Hast gesehen. Spirale, Knackers. Spirale, Knackers. Ja. Ja, alles gut, hab ich doch. Alter, Leben am Limit, Frau, ey. Leben am Limit. Ja, da hat sie es endlich. Du fährst nicht rein. Nein, ich hab doch abgebremst. Ja, besser ist das. Das wär so hart unverdient. Gut. Ja, aber was soll ich sagen, ne? Ältere Map, aber... Ey. Ihr habt Bock gemacht? 60 Minuten Challenge. Mah. Für die G's da draußen von euch. 20 Minuten Challenge. Ganz locker. Eigentlich wirklich locker machbar. Habt ein paar Mal echt krass verkackter Druck. Obwohl ich die Map nicht kenne, hätte ich die dann first twice schon gehabt. Easy. Wenn es euch gefallen hat, positive Bewertungen da lassen. Bären Träumchen. Steckt unbedingt die Videobeschreibung ab. Ein paar Nights im Gaming Triebwerk und der Merch sind selbstverständlich verlinkt. Genauso wie die Map zum selber zocken. Schreibt mir eure Zeit unten in die Kommentare. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und einen wunderschönen Tag. Haut rein, macht's gut. Und... Ciao. Tschüss.